Hast du jetzt die Nagel für das Auto genommen? Ja, natürlich. Gieß ihn in den Oberschenkel. Oh! Herzlich willkommen zu DUTY TV spielt A Way Out. Und zwar mit mir und se gute Ja Daniele. Und wir spielen heute einfach mal... Sind wir jetzt französisch oder was? Nein, nein, nein. Wir gucken einfach mal, wie weit wir heute kommen. Ich würde sagen, wir kommen weit. Ich spiel wieder... Ähm, mach mal Standardaufteilung, ne? Ja, ich spiel wieder Mike Krüger. Und du spielst... Haken, Nase, Hitler, Allheil, was? Und du spielst den alten Schönling. Ja, den 43-jährigen. Du bist meine Capronne. Was? Du siehst mir dann 36 älter aus als ich mit meinen 43, ne? Ja, aber ich hab auch gelebt. Oh. Oh. Wie, Nexam hat was vergessen. Oh, ich glaube, er prügelt sich gleich wieder. But why? Warum funktioniert mein Chat nicht? Doch, funktioniert doch. Ja, aber... Bester Streamer schreibt er wieder. Bester Watcher! Aber bei mir gibt's heute... Ich bin heute in Singlau nicht. Ich sing heute ein bisschen. Ne, bitte nicht. Okay. Bitte nicht. Wo haben wir denn hier Mixer? Da mach ich Mixer auf meinem Handy an. Kann ich da auch den Streben gucken. Mixer. Achso, wir sind schon... Wir sind schon im Game! Oh mein Gott! Ach stimmt, der Typ da oben, wo du gedacht hast, dass er angelt. Was auch immer er da angeln sollte. Ich weiß nicht, warum ich gedacht habe, dass da jemand angelt, aber okay. Okay, ich glaube, wenn wir uns bewegen wollen, die Deppen ja so oder so haben wieder zu schnacken. Ja. Das heißt, wir halten jetzt die Fresse. Okay, los geht's. Okay, sie reden nicht. Habla, habla, habla... Habla, 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 habla... Hey, die haben letztens so viel geschnackt! Vikings vorbei mit Schnackerei oder was? Ja, irgendwie schon. Wahrscheinlich, weil wir in der letzten Session... Hallo, Däme! Die Dings schon gemacht haben. Äh, das schon gehört an. Neus, Familie finden. So, du hast einen Baseball-Stinker, du siehst interessant aus. Hallo! You look upset. Oh, I am. Ich grille jetzt erstmal, aber es ist sonst okay. Oh, guck mal, das sieht richtig gut aus. Guck mal, ich hab einem ne Wurst geklaut. Was für ein Hohen so. Er hat mir ne Wurst geklaut. Ich will auch was essen. Wunderwitz, wie aufgeregt sie ist und wie entspannt ich mit ihr rede. Ja, krass, ne? So, ich nehm auch noch ein Würstchen. Ich weiss bei dem gleichen wahrscheinlich ab. Oh, komm mal bitte. Warum kann ich kein Würstchen essen? Weil du nicht so bist wie ich. Komm schnell zu mir, komm, komm zu mir. Ich krieg nur deine angeleckten Wurst. Ja, lass schaukeln, warte, ich bin schon. Oh yeah. Schaukel doch. Warum schaukeln sie denn nicht einfach? Einfach nur mein Kind sein. Okay, warte, lass diese Wurzeln tauschen. Mal gucken, was dann passiert. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Nein. Sie sind jetzt... Okay. Okay, weiter geht's. Wir müssen unsere Familie finden. Ne, meine Familie. Aber hier, Schiefmann, du hast angefangen. Was machst du denn hart dergewaltigt? Krass, ne? Hey, I see my kid over there. Okay. Come on, let's check it out. Hast du gesehen? Da war mein Bengel. Tschüss. Ja, ja. Aber worin wird die gefickt? Wir müssen erst nochmal gucken, worin gefickt wird. Ich wollte jetzt sagen. Hier. Wir helfen dir ja damit. Ja. Entschuldigung. Wie ich die Kamera bei dir penetriere. Schade, ich konnte nicht sehen. Die, jetzt haben wir jetzt gar keine Titten gesehen? Naja. War ich noch angekloppt? Egal. Warum jetzt hier das Schweißgelet von ihm. Entschuldigung, eine kurze Frage. Hing on. What's up? I'm kind of busy. Yeah, I can see that. But I'm wondering if you've seen a 30-something woman with a kid this tall. Yeah. She's hot, right? Of course she is. She's my wife. Hahaha Erich hämmer so dieses Dread, guck's mir an Der Nagel ist seit einer Stunde drin Vor allem, warum wisst Hesse eh das Dread an dem Tisch? Weiß nicht, weil das ist so ne Beschäftigungstherapie für die aussätzigen Kinder Können ich das nochmal machen? Warte, ich muss ein kurzes gucken Ohne Witz, das Spiel ist einfach überragend Krieg jetzt runter? Ja, naja, da war auch schon mal ein Bagel Was müssen wir hier schieben? Hey! Hey Leo, komm her Drück, drück, drück Als gäb's keinen anderen Hey Linda! Over here! Leo! Hey! Oh oh Die Cops Cops Und jetzt die? Vor allem genau in dem Moment auch, ne? Ja, vor allem ich hab da auch gehämmert Gehämmert After noon, Ma'am Everything all right around here? Was willst du? Möchtest du, wenn wir dir ein paar Fragen stellen? Ja, ich mache das, ich bin hier ziemlich beschäftigt Ma'am Ma'am Your husband is broken out of prison Stop calling me ma'am, okay? Okay? Ich habe keine Ahnung, wo er ist Hör, wenn er versucht, dass du mit dir Kontakt zu machen, dann lass uns wissen Ja, sicher Hm Bei dir hat aber nicht so viel Brust, ne? Ne Ich fand den Bart von dem Officer auch ein bisschen komisch Bei dir hab ich nicht aufgeguckt, ich hab die ganze Zeit auf die Titten geguckt Boah, die kleine Ase, ich bin froh, dass das Spinnig in 3D ist, ne? Was für ne Wand auch We good? Of course we are You okay? Yeah, yeah I'm fine Good Hey Alex Look who's here Alex Hey buddy Oh 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 nein Oh nein Das ist ja voll tragisch Ich hab schon fast gedacht, sonst wär die Musik hübscher gewesen Ja Sicher, dass er der Vater ist? Der hat gar nicht so ne lange Nase, der Bengel Sicher, dass sie die Frau ist? Die hat nämlich auch nicht so ne lange Nase Oh shit Es ist okay, Baby Komm her So Ist das der Typ? Ja, das ist, äh, Vincent Schön, dich zu treffen, Frau Hey Linda Ich muss dir erzählen, was passiert ist Ja, aber zuerst Du musst mit Alex sprechen Natürlich Ich denk mir auch so wie der Herr Hat sie sich nicht eigentlich versteckt vor diesen komischen Typen und warum weiß die Polizei instant wo sie wohnt? Äh Und ich red mal mit deiner Frau Nee Mach dich mal eine Frau an, die ist geil Nee Lass mich mal hier inzwischen Hallo Lass mich mal hier inzwischen Hey 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 That's a really nice bike Oh, hier kann man richtig viel anklicken, guck mal Ja Thanks Lass mich mal kurz mit einer Bänge reden Das ist ja geil Das ist ja geil Oh, du besichern dich aber nicht Warte Da bist du, ja Warte Guck mal raus, warte Weißt du, woran ich mich gerade erinnere An ähm Scary Movie, wenn sie verarschen, wo der Alien an der Kamera vorbeigeht, weißt du? Geh mal so richtig schlachsig, geh mal so mit den Armen so, weißt du? Geh mal so vorbei Ja genau, der ist ne gute Entfernung Du, 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 du Harte Okay, warte, ich guck nochmal Ich guck nochmal Oh, ich liebe meinen Humor So, äh So, was müssen wir überhaupt machen? Zum Bauhaus gehen Wir müssen zum Bauhaus Äh, Baumhaus Nicht Bauhaus Heftig, ich will auch Darts werfen Boah, it works Geh mal aus dem Weg Oh nein, ey, du bist so hart am penetrieren Oh, durch mich durch Heimeling, geht wieder weg Okay, jetzt Das ist um 60, was du bist Okay Mach dich bereit für die Zernichtung Wie geht das? Ich aber als erstes Eigentlich Eigentlich einfach nur werfen, eigentlich ganz easy Einfach RT drücken Alright, I got this. Okay, 25. Watch me win. Watch me nae nae. 50, 50. Shabam! Dicker. Zweimal Bullseye. First try, digga. First try zerstört. Ja, Bullseye ist ja nicht das Ziel. Dicker. Klar ist Bullseye das Ziel. 60, so viel. Well, it works. Ja, kann es schon nicht mehr schaffen. Ah, the hell with this. Ja, hat sich ja richtig verbessert. Na? 180, ich will 180. 180! Brady! Nein, komm, wir suchen jetzt mal meinen Jungen hier. Fuck. Das ist dein Jungen, ich mach 160. Ja, okay. Bin ich gut. Ich hab 21 Punkte. Wow. Warum kannst du... Jeder weg, ich bin auch hier lang. Warum komm... Was ist das für ein Scheiß? Weil ich hab jetzt hier einen Magic Moment mit meinem Sohn. Heute, dann mach ich hier auch was anderes Magic, als der eine Frau. Zeig ihm mal deinen Dart-Pfeil. Come on, just let me up. Alex. Next on Fire is auch hart. Ist doch einfach geiles. Geiles Spiel. Here you go, man. Thanks. Alright. What's this? Yeah. Go ahead. Hey, look, your sign is broken. Warum hat der ein Baum aus? Sein Baum aus ist größter als der fucking Wohnwagen. Ach, guck mal, Bauabitur ist wieder da. Bauabitur, what's up? Moin, 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 moin. So macht das Motorrad, moin, 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 moin. Ich hab's halt hart repariert. Moin, 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 moin. Mal gucken, wenn der Motor wieder aufgift. Guck mal, dreht sich das bewegte Drehzahlmesser eigentlich? Nee. Ist ja mega unrealistisch. Ja, das hat auch geiles repariert. Vielleicht bin ich hier noch nicht mal angeschlossen. Oh, this sign is beautiful. Alex, you should come down and see. Look, Alex. It's your awesome Schild. Alex, ho. Warum werde ich denn hart ausgeblendet? Du bist unwichtig. Nein, nein, nein. Wir haben jetzt hier richtig heftigen Moment mit meinem Sohn. Siehst du? Liebe. Nasen und Liebe. Zack. Das ist auch der Titel von dem Video jetzt. Nasen und Liebe. Guck mal, wie er sich einfach an der Nase hängt. Er hängt einfach an der Nase. Einfach Klimmzüge. Gib ihm. Guck mal, der hat voll die süße Stups-Nase. Guck dir den Zink an. Digger. Digger. Okay, guys. One game. Get ready to lose, boy. I'm gonna win. Pornhorn. Piccolomeo. Piccolomeo feiert the Pornhorn. Nice. Lass uns mal richtig abziehen, das Kind. Okay. Was muss ich machen? Hier, passen, hier. Du bist das Schlechste zu passen beim Spiel an der Welt. Achso. Hier, pass zu mir, du Spiel. Nein, nein, nein. Ich mache einen Dreier. Okay. Du machst einen Nuller. Das wäre so doll nicht möglich. Okay, okay, okay. Ja, okay, hier. Spiel halt. Du musst mal nicht mit dem Kind spielen. Gib mir den Ball, du Hurensohn. Niemand kriegt den Ball. Ich mache ihn. Nicht zu ihm, nicht zu ihm. Ich weiß nicht. Der Junge hat seinen Vater acht Jahre nicht gesehen, weil er im Knopf war und wir geben ihm nicht den Ball. Der Ball ist mega geil. So, gib mir jetzt den Ball. Ich kenne mich mit Bällen aus. Ich verprügel ihn jetzt. Mach mal Ellie Hub. Kannst du Ellie Hub machen? Ja, warte. Haben wir gerade. Du kannst nur ein Dings machen, ne? Ja, hier, komm. Nerv dich rum. Hier. Der ist erst im Kreis dreht. Alex helfen. Oh, das ist ja voll der schöne Moment, ey. Ich habe ihn dir auch einfach mal weggenommen. Du bist gut, Alex. Sehr gut. Erst nimmst du meine Frau. Dann mein Kind. Du solltest ein Pro. Ich habe doch jetzt auf dem Motorrad geklappt. An dieser Stelle, wo du am Boot hinkst, ne? Da hätte ich dich einfach fallen lassen sollen. Ich hätte dich schon viel öfter fallen lassen können. Nee. Schönheit übertreibt man nicht, ey. Ja. Die Haut liegt gleich wieder so ein blaues Auge mit der Nase. Aber das gibt auch vielleicht so eine Special-Penetration, ne? Guck mal, hast du ja schon mal mit dir alleine Basketball gespielt? Powerpoint Tour bepisst sich wohl schon ab. Powerpoint Tour bepisst sich. Da musst du mal aussprechen, ey. Guck mal, ich hatte... Digga, was machst du denn jetzt für eine Power-Action? Ja, ich geh jetzt mit ihr im Busch. Guck hier. Guck mal, hier, pass auf. Ich spiel mit mir alleine Basketball, guck mal. Ich kann mit ihr nicht in den Busch. Guck mal, hier. Das kann... Hier, ne. Alex. Hier, ne. Alex, hier. Wow, heftig. Wieso fängst du den Ball nicht? Der kam richtig gut. Let's just deal with it. Heftig. Für einen Pass hat er. Digga, wie er hier... Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ach so, zum Wohnwagen. Ich muss sagen... Oh, weißt du, was jetzt kommt? Hier ist Punkt. Nein, ihr macht das mal. Fiki, Fiki hier. Doch, doch. Kommt jetzt. Fiki, Fiki! Was ist eigentlich mit Olli Schulz? Wo ist eigentlich Olli Schulz? Boah! Ich hab verkackt. Ich bin 1,90m groß. Ich hab verkackt. Wie jetzt? Ich werd wieder ausgeblendet. Echt mal, wer ist Ray? Echt mal, wer ist Ray? Ach, meint der Ray Münd? Vielleicht. Ja, Face Grove. Vielen Dank für den... Ja, Face Grove! Ja! Vielen Dank für den Follow. Äh, du bist ein geiler Boy. Können wir jetzt mal bitte Bomzen oder was? Ohne Scheiß, das ist so der Schmiedersatz. Ohne Scheiß, das ist so der Schmiedersatz. Ja. Ohne Witz! Er kann sie nicht mal lecken, weil die Nase so lang ist. Oder! Oder! Das gibt so ein Spezial. Weißt du, so... So ein Kopf, so... Aber als... Aber als... Aber dann quasi als... Als 69 dann... Oh, wo ist sie den Ding denn? Ein Glück hab ich den Stream auf 18 gestellt. Ich hab ne Knarre! Ich hab schon wieder... Guck mal, ich hab schon wieder ne Knarre! Ich hab den geilsten Charakter. Ich hab immer die Knarren. Und ich krieg jetzt... Guck mal, ich krieg sogar Liebe. Ich krieg Liebe. Videospielliebe. Did you see my shots? Yeah. You were really good. Wie gesagt, you're a real pro. You think? Nice going buddy. Jetzt wieder... Kopf versus Nase. Du bist meine Kaprone! Hallo! Hallo! What's up? Can we play one more game? Next time I promise. Now come on, give me a hug. Give me a hug, man! Alright buddy. Go to your own man. Der Typ muss miesen. Ich komme da raus. Wunder, dass sie in so einem Wohnwagen wohnen. Ich find diese Gasflasche draußen noch richtig sicher angebracht. Ja, ich auch. Die eignet sich richtig gut zum drauf schießen. Tsunami, schreibt er. Boah. Und wieder, wie haben wir die Situation überstanden? Blende. Blende schwarz. Das ist einfach so geil. Ey, wenn ich ne Superkraft mehr aussuchen könnte, ne? Dann wär's Blende schwarz. Blende schwarz. Blende schwarz. Das ist einfach krass. Du kommst aus jeder Situation, kommst ne Blende schwarz. You will. Trust me. Ey, Bauarbeit-Tour. Hier, falls du noch zuguckst. Guck mal hier. Helme. Entschuldigung. Ich musste direkt an Helme denken. Weil da ist ein Helme im Bild. Warte. Äh, warte. Was? Drohnen. Drohnen. Ja, auf jeden Fall drohnen. Okay, warte. Mach's auf. Wir haben jetzt ja genug Leute, die entscheiden können. Ja. Also bitte. Stimmt. Community entscheid. Drohnen oder bluffen. Wir machen 10 Sekunden, okay? 10. 9. Drohnen. Was seid ihr für Säcke? Seid mal ein bisschen lieb. Fünf. Vier. Drei. 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 Eins. Okay, es ist... Bluffen geworden. Nein, komm mal. Du musst immer gegen die Community arbeiten. Ja, ist echt so. Das stand doch vorher fest. Come on, we don't have time for this. Woah, woah, hey. We have not time for this. I'm calling the cops. You gonna do what? Hey, relax. Don't worry, I got this. What's your name? What do you need my name for? What's your name? All right. It's Larry. All right, Larry. This is how it's gonna be. Me and my friend here. We're gonna walk in there. We're gonna see your boss Ray. Once we do that, I'm gonna break every bone in his body until I get the information I need. Now think long and hard about what you're gonna say next. If it's not gonna be a day, as you want, then we have a problem. Ja. Alter, wenn der Kopfnuss gibt, er sticht er nicht gleichzeitig. Do I? Oh. Okay, then. I hate that guy. So, uh... You're welcome. Go ahead. Aber nicht ohne Helm. See? Denn Sicherheit ist uns wichtig. Yup. Thanks. Where can I find him? It's easy. Just ask him around. Alright, Larry. Thank you. You're welcome. And he's so... Völlig easy. Ich will mir aber einen Helm mitnehmen, ne? Äh, ich muss jetzt schon einen Helm tragen. Ja. Wir sind auf der Baustelle. Versicherungstechnisch ist das, was Alan schon muss. Wir haben alle lange Nase. Stimmt. Bauer mit Stuart, er hat echt Ahnung. Ich hab überhaupt nicht drauf geachtet, aber es ist nicht nur... Guck mal, selbst deine Nase ist über dem Personal groß. Die ist jetzt nicht klein. Geht. Ja, im Verhältnis zu meiner hast du keine Nase. Ich geh erstmal kacken. Vor allem, wir reden... Wir reden die ganze Zeit und ich bin auf dem Klo. Klopf mal. Warte, riechst du... Ne, warte, ich riech mal. Mit meiner Nase. Das sieht so dumm aus. Okay, danke, ich bin fertig. Hallo. Er hat sich so deutlich die Hände gewaschen. Ich werd mit rein. Schaff ich noch. Ah, schade. Was? Sag doch. Er hat richtig den Orkasmus gehabt. Einfach... Weißt du, diese Pissoirs, die werden auch grundsätzlich... Pissoirs? Wie heißt das nochmal? Baustellentoiletten. Dixi. Dixi-Klo, genau. Die werden auch nur zum Onanieren benutzt. Dixi hat genau so einen Monopol wie Tempo damals. Krass, ne? Die heißt einfach Dixi-Klo, obwohl das gar nicht stimmt. Die heißt doch bestimmt mobiles WC. Ey, gib mir mal den Pressofammer. Oh, danke für den Host, Scarface. Hey. Hey. Was? Was? Ich kann dich nicht hören. Ich schaue deinen Boss. Mein... Was? Äh... Hau ihn da einfach mal um. Dein Boss. Weißt du, wo er ist? Was? 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 Wie witzig. Blow your back heißt also Bandscheiden raus. Ja. Hier. Hier. Ich bin gerade eine geknallt. Ne, ne. Hallo? Anybody? Over? Ich hab's repariert. Nein, das nicht. Doch, wirklich. Arm drücken. Arm drücken. Arm drücken. Arm drücken. Ich möchte auch. Ich geb ihm richtig. Komm, komm, komm. Komm her. Oh, Männerduell. Was muss man machen? X oder was? Drei. 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 Ich gewinnere. Ich gewinnere. Drei. Drei. Ich gebe auf. Oh. Unser Schienling. Weißt du? 15 Arm drücken. Hier. Wer ist das Klimmzüge nochmal? Ne doch. Oh. Das zusammen klacken geht. Ich pfeife. Ähm. Okay. Ich spiele ja. Ich spiele Vincent. und beziehungsweise obwohl man kann ja nicht mehr sagen rechts Winston links Leo das kommt immer doch an welchen Stream du guckt Scarface das ist echt so also ich glaube nicht dass er bei mir guckt ich glaube er guckt bei dir glaubst du? ich glaube er guckt nicht bei Dudi TV ich glaube er guckt bei dir aber offensichtlich kommt drauf an wenn Scarface Group einfach mal auf Follow drückt sehen wir sofort wem er den Stream ich hab ihn einfach aus seinem Bett geschubst hier also hier dann lass mal hier erstmal in den Fahrstuhl rein also hier können wir geht klar hast du schon mit dem Schwarzen gesprochen? ja warte ich frag ihn nochmal du warst nicht ich bin auch migrant hey Powerpoint ja hat er also ich bin mir auch noch ich glaube dass Scarface Group nichts gebürtiger deutscher ist und warum? weil er uns gesiezt hat er reizigen sie als Leo oder als Vincent ja ja achso ne nur mein Chat hat sich noch aufgedrückt ne ich hab gar nichts gemacht was ist das? was zur Hölle ich schaue Dipsch kannst du das erklären? ja ja es sieht aus wie du es sagst es sind zwei hier ich hab gesagt dir es sollte vier nein 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 er ist ein riesiger Bastard er hat uns gesehen okay ich springt ich hab gestern das Born-Vermächtnis geguckt ne nicht gestern am Wochenende kann ich empfehlen also wenn wir ihn noch nicht gesehen haben aber wir sind ja schon uralt ja ich weiß aber ich hab ihn noch nicht geguckt also das ist nicht der mit Matt Damon sondern der mit Jeremy Renner ne das ist ganz schlecht voll spannend hier was hier passiert ich weiß gar nicht wie ich ihn gucken soll überall hin guck einfach überall hin oh okay jump wie schnell ist er so schnell zu ihm er ist so schnell zu ihm tippidi 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 stylische Wände stylische Wände stylische Wände weißt du weil sie Wände bauen und die gut aussehen ist egal haben wir jetzt gerade verkackt du hast das verkackt ich weiß nicht renne schneller tipp schon ja ich tipp wie ein Weltmeister ich arbeite hauptberuflich bei Tipico ist das der Huren hier? den hab ich gleich ich weiß nicht verfolgen wir zwei unterschiedliche? ne ne ich seh dich wie du da hinten rennst seh dich okay ich fahr wieder Fahrstuhl ich kenne auf ihn ist aber spannend hier alter was das für eine riesige Baustelle rechts geradeaus Ich bin so viel entspannter als du, wie du einfach schon acht Leute erschossen hättest. Ich hab da schon welche erschossen, oder? Ich glaub der ist hier lang, oder? Ja, es gibt ja nix anderes, oder? Weiß ich, da war noch ne Treppe links, aber egal. Bis dann, Bauer, bei 2. Bis dann, hau rein, schön, dass du dabei warst, bis zum nächsten Streamy! Aber warte mal, auf was bist du denn vorbereitet? Ja echt mal, was musst du vorbereiten? Das ist mega der Teaser gewesen, ich muss noch was vorbereiten? Was denn? Den Genitalbereich vielleicht? Let's look around, he's probably hiding somewhere. Ja, wir lieben dieses Spiel. Ja, wir lieben es. Ich mag es. Ich weiß nicht, wie... Oh, Daniela denkt über es. Kannst du das auch aufmachen? Ja... Ich komm mal... Ja! Ahaha! Hey! Woah! What are you doing? Hello, hey! What the Cousins doing? Vielleicht sollten wir nochmal nachgucken. Ich glaube... Ne, ich glaube es geht nicht mehr. Sade. Ok. Hast du den hier aufgemacht? Ne, ne. Hier vielleicht, hier, hier, bei mir, bei mir, 100% bei mir. Ok. Stehenbleiben! Stehenbleiben, ich schieße! Hä, ich bin da voll mit durch die Tür gekommen. Ok, 3, 2, 1, Vollgas. Oh, er gönnt sich fett KC ey. Wer ist das eigentlich, den wir da gerade verfolgen? Scheiße, die Frage wollte ich auch schon stellen, weil war es peinlich. Ne, ne, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich hab absolut keine Ahnung. Ich bin der Kran. Manchmal muss man einfach der Kran sein. Was machst du denn? Mach doch mal irgendwas Produktives. Ja, ja. Muss ich runter machen? Ja, warte. Nimm. Geht halt nicht. Hör auf, dass du bewegen. Ich hab nichts gemacht! Ok. Guck doch mit. Nimm ihn weg. So, und ich? Du siehst ihn? Nein. Ich sehe ihn nicht. Ich weiß nicht, wo er ging. Nächste Song gönnt sich erstmal fett KFC. Ich hoffe, Maiskolben. Denn Maiskolben ist am besten. Ich hole ihn. Ich hole ihn. X! Gib ihm X! Hey! Er ist nach dem Kran. Ich hole ihn. Ich hole ihn. Oh! Oh! Oh crap. Oh jetzt darf ich. Aber das ist so spannend. Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Jetzt bin ich assi. Oh, oh, ano. Danke für den Follow! Ja, Sierra London. Thanks for the Follow man. Verpiste euch. Hey! NamNuts, kenn ich noch gar nicht. Oh, was passiert hier? kennst du namens als als beleidigungen der schickte herz ich schicke zurück ja ich renne doch ich verprügelt ihn einfach hart aua aua oh oh hilfe ich kann nicht drücken Kletter schneller! Digga, meiner ist halt einfach 49 oder 43. Das war Hardcore-Titten. Was macht der denn jetzt? So ein Jackie Chan-Move. Oh, er ist Amerikaner, aber lernt Deutsch. Nice, mate. Good German-Skills. Ja, warte. Bring ihn zu mir. Oh, warte, ich renne wieder hoch. Schau ihn mal zu mir. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. What do you think you'll go? I have to teach you some German. Ja. Ohrensohn. That meets pain-cake. Was? Nein, ich auch nicht. Ich werd grad ist abgeleckt. Egal. Abgeleckt? Abgeleckt hat ihn gut geschmeckt. Oh, jetzt wird's spannend. Fuck me, huh? Okay. Oh, look at this. Oh. I wonder what you could do with this. If you could stick it up your ass. You know what? Let's put it here for now. Hey, Vincent. I don't know about you, but I see a lot of different things here that could make this guy talk. Oh, jetzt... Mh, nice. Jetzt gibt's richtig Fratzengeballer 74. Let's see if you'll talk or not. Okay, warte, warte. Oh, erst letzten Monat hat er Berlin besucht. Und, äh... Wie hat dir Berlin gefallen? Okay. Darf ich anfangen? Ja, ja, gib ihm. Gib ihm, gib ihm hart. Ich fang an, okay? Ich bin schnell da. Ich hab dann gerade ne Nagelpistole gefunden. Oh, ne, nicht direkt die Nagelpistole. So, lass mich erst mit der Lampe was machen. This time you'll talk. Aber was, wenn er jetzt redet? Dann hast du die Nagelpistole und Lassdach zu sein. Ne, ne, du darfst nochmal. Komm. Okay, warte. Dann nehm ich jetzt lieber den Schweißbrenner. Berlin war cool, sagt er. Ja. Das ist doch nice, wenn dir die Hauptstadt Deutschlands gefallen hat. Einfach nur so. Come on. Start talking. I said start talking. Come on. Fuck you. God damn it. Hast du jetzt die Nagelpistole genommen? Ja. Natürlich. Die ist hier in den Oberschenkel. Ohhhh. 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 Ich knall ihn jetzt ab. Okay, ich möchte noch was machen. Warte, hier ist noch ne... Was ist denn hier? Ne Geldbörse, okay. Hast du die Brechstange schon probiert? Ne. Ich schlepp ihn jetzt erstmal mit der Geldbörse. He. 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 Ohhhh. 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 Okay. Geht los. Bitte nach Hamburg. Ja. Hamburg Bro. Hamburg City. Schön auf den Kiez. Beste. Wo gibt. Hamburg City. Hamburg ist die beste Stadt in Deutschland. Ist so. Weitbeste der Welt. Ja. Mach doch einfach die Tür auf. Ich bin ja viel cooler als du. Alles einfach mal so stehen lassen. Ey, ich bin ja viel cooler als du. Ja, ja, ja. Warum mach ich die Tür auf und darf jetzt auf dem Beifahrer sitzen? Ich habe einen Kontakt, der uns nach Mexiko fliegt. Scarface Groove. Time to buy some guns. Okay. Das ist gut. Und ich habe eine Idee, wie ich diese Wälder bekomme. Aber wir brauchen Geld. Ist hier echt schlecht gelaunt oder? Ah. Wir dürfen jetzt Waffen kaufen. Wir können bei ganz laut. Ja? Wie was? Der Scarface hört. Halt zu. Auf Englisch. Okay. Und? Wie kommen wir aus der Situation am besten raus? Schwarz. Blende. Blende Schwarz. Entschuldigung. Ich bring's immer durcheinander. Blende Schwarz. Blende Schwarz. My Superpower is Blende Schwarz. Fade out to black. No parking. Lass mal so eiskalt. Royan Rogers. I'm not impressed. You think they'll have enough money? They better have. Ich hätte schon erwartet, dass es 7-Eleven da ist. Just hang on. Yeah. Well. Here's there's only one way to find out. Oh. It's another thing to find out. Okay. It's a favorite part now? Okay. Nice. Oh, oh. Bisschen Spoiler. Bisschen Spoiler. Egal. Wird geil. Profile. That's not really your thing. I say we do this the best way, man. Just in and out. I say we do this the easy way. Let's not make a scene. Okay. Community. Ihr seid dran. Ich bin eindeutig für Leo. Okay. Who gets the gun? Leo or Vincent? Wer bekommt die Waffe? Leo oder Vincent? In 10 Sekunden Zeit zum Abstimmen. Ab jetzt. Okay. Folgendes Problem. 5. 4. 3. Ah. Okay. Fuck. 50-50. Das ist ja richtig geil. Oh. Yeah. We need a tie break. Okay. Sierra London now. What's your decision? Leo oder Vincent? Come on. Okay. 5 Sekunden noch. Dann entscheide ich. Oder eine andere Idee. Ihr habt jetzt 10 Sekunden Zeit den Stream zu teilen und Leute herzuholen. Ja genau. Holt mehr Leute ran. Wir müssen jetzt eine Entscheidung fällen, sonst geht der Stream nicht weiter. Wir brauchen mehr Zuschauer um die Abstimmung zu machen. We need more Watches. Also. Zumindest ein. We need one person in the chat. Who does make the decision now. Egal ob ihr eure Mutter, eure Oma anruft, eurem Bruder. Ja. Hauptsache die gucken jetzt den Stream und entscheiden was wir hier machen. Ja. Ansonsten nehme ich jetzt meine, meine Master Gewalt und sage ich nehm, wir nehmen Vio. Dann mach doch. Okay. Ich will, ich will so oder so keine Erstehen. Nobody gets hurt. Also ich wäre schon dumm wenn ich die Waffe nehme. Ich knall jetzt ab. Ich will nachher nicht wieder in den Knast. Mach das nicht. Du, 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 du. Ich kann mich nicht mehr ausstellen. Der 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 der. Der 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 der. Der der der. Raubmeerfall starten. Kommst du mit? Warte, 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 stopp, 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 stopp. Was kann ich denn hier machen, warte. Geh mal rein. Dein ernst. Dein scheiß fucking ernst. Ich bin schoht. Ich bin schoht, ich bin schoht. Ich bin schoht. It looks like a gun, but it isn't. It's the key to the register. So fucking open it. You're wasting your time. There's barely any cash in the register. Not one more word from you. Sit down. Now stay there and shut up. Alright, alright, no need to panic, okay? Where's the safe? There is no safe. Bullshit! Hey, Vincent! There should be a safe around here somewhere. We should check it out. Okay, muss ich die in Schach halten, oder was? Soll ich sie mal abknallen, ne? Ja, warte. Ich habe erst mal den Typen gerade gesaved, wenn das Telefon sabotiert. Ah! Ach so, das bist du. Oh, ich bin angegriffen! Oh, oh! Let me go! Ich habe, ich habe alles. Leo! Get over here! Soll ich ihn abschießen? Tipp doch mal X! Mach ich doch! Geh du mal raus. Oh, shut up! Was? Digga, nein, guck doch mal oben! Siehst du das nicht? Bist du blind, oder was? Ach so, da! Sorry, 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 sorry! Give me the fucking gun! Geil, ich habe zwei Pistolen. Willst du eine haben? We need a combination. Wir brauchen die Kombination. Eins, nur noch eins. Rosi! superficie. Du bist eine Tollezüge. Mach mit den Typen! Nein, mit der alten da. Ja, habe ich doch. Habe ich doch! Give me the combination. Give me the fucking combination. Ich habe es nicht. Okay sie sagt sie hat es nicht. Ja. Ich sehe wie ich hier rum. Gib mir die Kombination. Okay. 1 3 7. 1 3 7. 1 3 7. Einer ist abgehauen. Komm schnell. Komm schnell. Wir haben am Anfang. 2 Leute. Wir sind so toll auf dem Weg. Okay schneller. Du wirst dann nimmst du meine Seite. So ne Arsch ey. Ich wollte das ja ganz easy waren oder? Nein du musst die Tür einstellen. Boah geil. Guckt ihr denn jetzt? Ich würde sagen Blende Schwarz oder? Blende Schwarz ist besser. Ja kein Problem. Machen Sie sich sicher die Gute, okay? Ja ich weiß wo das ist. Entschuldigung. Alright. Schade. Also? Wir haben die Schäden. Ihr vertraut diese Person? Ja. Sie ist meine Kaprone. Wofür brauchen wir denn jetzt noch? 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 Okay sie ist auf jeden Fall ne Alte. Okay. Ja ich glaube zwei knackige Pistolen reichen nicht um Ray zu killen oder? Wofür brauchen wir schon einen Raketenwerfer. Heißt doch nicht Ray oder? Rayman. Aber wird ja noch mit Ray abgekürzt. Er schießt auf das Dach. Er wird so hoch. Werden die heißt Sheila? Hm. Wie aussehen Sheila. Ich glaube nicht. Scheiße fast. Ich bin gut. Wer ist dieser Typ? Aha. Ist ja richtig 50er. Ja. Ich bin Vincent. Oh hello Vincent. Oh hello Vincent. How nice to meet you. Oh hello Vincent. Wie wirklich die Pumsen. Du bist ein verdammter Idiot. Haha. Was? Ein bisschen abspanger. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das mit mir? Was ist mit mir? Was ist mit mir? Was ist mit mir? Du denkst, ich hier ein Eis-Krein verwerb? Wie ist das? Wie ist das mit mir? Wie ist das mit mir? An dasselbeier Pumsen geworden ist. Ich habe eine andere Probleme mit dirbaite. Hast du ein Problem mit mir? 猶 a man sich z différenten? Okay, Leute warte warte. Community distribute ligat. Das hat jemandes Geldcard für Ver tail... 10. Vincent, Scarface. Next on. Next on. Next on. Bro, come on. Was sagst du? Okay, Scarface hat entschieden. Vincent, Vincent. Heftig. Skill. Skillpro 3000. Das war mal eine geile Ansage. Who the hell is this guy? Bond. His name is James Bond. Let's just get those guns and we'll be out of here in no time. Okay? Okay, Jasmine. Hmm. Jasmine. Jetzt hat die nur Schaufeln dabei, oder was? Nee. Oh, dürfen Sie was aussuchen? Ich nehm... Ich nehm... Ich bin ja so der SMG-Boy, ne? Ich stehe auf SMGs. Okay. Was darf ich denn abschießen? Krass, das wird ja noch zum Shooter hier. Ey, wenn du hier... Ich fahre immer auf zu schießen, ich kann nix auswählen. Ey, warum kann ich hier nix auswählen? Boah, nimm mit, nimm mit. Wir brauchen Sniper. Ist dir gut? Wo soll ich hinschießen? Ey, hier. Leo, schieß... Hier, hier. Ja, ja, ja. Warte, warte. Schieß das ab. Okay, okay, okay. Warte, okay, 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 noch mal. Da. Ich schmeiß die immer... Ja, ich hab doch. Ist der automatisch? Nein, nein. Semi. Burstfire. Okay, aber da ist ja kein Zielfernrohr drauf. Hier, komm, ich werfe auch auf zu dich. Ohne Witz, die Alte muss uns ja... Die Alte muss ja richtig hart genervt sein. Wie wir ihr ganze Munition verballern. Hier, ich mach auch die Flaschen kaputt. Okay, bist du bereit? Work smarter, not harder, ne? So, reicht's. Das ist deine Chance. Ich schmeiß jetzt mal ein Flash hier hin. Okay. Hier ist ja nichts mit Semi. Das ist ja Burstfire, ne? Dreischuss. Alter, ich krieg gleich einen Tennisarm. Hast du es jetzt? Achso, ich schieße gar nicht mehr drauf. Ich schieße einfach durch die Pumpe. Ja, was nimmst du? Was nimmst du? Ich glaube, ich nehme die Schrottflinte. Die ist geil. Ja? Ja, ich glaube, die Schrottflinte ist meins. Ich weiß es nicht. Oder die Semi-Auto. Ich muss auch noch einmal kurz... Okay, entscheide ich schnell. Wir müssen jetzt mal Progress machen. Also, ich glaube, ich würde sonst im Endeffekt nachher die Pumpe nehmen. Du willst Pumpe? Ich finde, Pumpe sieht optisch an mir am besten aus. Ja. Oh, die ist geil. Die ist geil. Ja, okay. Ich nehme dann die SMC. Also, guck mich einfach mal an. Also, ich sehe mit Pumpe einfach... Du siehst aus wie ein Pro, oder? Eigentlich, warte mal ganz kurz. Ganz ehrlich. Community. Ihr entscheidet. Wer kriegt welche Waffe? What about you? Did they just let you out of prison? Yeah. Ich nehme so eine Flasche als Waffe. Finde ich auch gut. Leo Pumpe, okay. Das ist deine dann. Ich bin doch Vincent, oder? Those lawyers come in handy sometimes. You got the white one. Yeah. Ich nehme jetzt erstmal SMG. Ja, dann ist das. Aber er hat gesagt... Nächsten sagt er, du kriegst die Pumpe. Ach, ich? Ich muss die Pumpe nehmen. Okay. Was sagst du? Scarface. Scarface. Which gun should you wear... Which character use? Aber du bist doch... Du bist Leo, oder? Ich bin Leo, ja. Du bist Vincent. Ja. Da musst du die Pumpe nehmen. Okay, dann... Lil Pump, Alter. Er ist Lil Pump. Ich bin Lil... Für Lil Pump ist es... Oh nein, jetzt habe ich sie wieder ausgewählt. Oh. Okay. Dann muss ich die Sub mischen. Dann gib mir mal die Kleine. Okay, dann nehme ich den Shotgun. Perfekt für close quarters combat. Du bist bereit, zu gehen? Gib mir einen Moment. Ich will sicher, dass ich die richtige Weapon habe. So. Oh, ich brauche Snacks. Ich brauche Snacks. Oh, der Witz sind wir... Also, wir haben die ganzen Waffen leer geschossen und laufen jetzt alleine. Was macht die denn jetzt? Ja. Was? Meine Rauche, ne? Die sieht irgendwie... sehr misstrauisch aus. Ich würde nicht sagen. Ah, nice. Und Johnny hat sie geraucht. Exxon, du machst mir mit elf ein bisschen Sorgen, dass du weißt, was das ist. Oh nein, die ist voll die Bitch. Was macht sie denn? Ruft ihr jetzt die Cops? Oder sie ruft, äh, Ray an. Raymond. Hey, it's me. I got some information about Leo. Das, siehst du? Okay. You know where he is? I just met him. Give me his location. So ne Hure! Don't worry about that. Was für ne Bitch. Got it. Ich hab... Wusste gleich, der kann man nicht trauen. Der Afro. Der hat sie verraten. Er heißt Harvey, nicht Raymond. Hab ich doch gesagt. Der hat perfekt gepasst, der Meme. Fuck that Bitch. Nice. Okay. Fuck that Bitch. Ey, ich finde das ein bisschen kacke, dass die Schwarze uns jetzt verraten hat. Also, jetzt nichts gegen Rassismus, aber das ist echt Rassismus, aber das ist echt... Boah. Ja. Nice. Wie das auch eigentlich passt, welchen Charakter ich spiele, oder? Ja, ja. Wenn man so gerade runter bricht. Äh. Au, mein Bauch! Au! Blähungen, die Alte. Verstopfung. Scarfey hits the buttons. Hit every button. He's the best. My name is Kira Moretti. I'm pregnant. And I think I'm going into labor. Nice. I love the memes too. That's why they're there. Will send an ambulance. Memes are the best. Memes are my life. My life is a meme. Oh, das ist eigentlich auch ganz geil. Zip, 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 zip. Und wie groß wir in dem Auto sind. Ja. Aber früher waren Autos noch kleiner. Hey, can you stop by that phone booth over there? Are you sure you can get us a plane? I sure hope so. Yeah, me too, man. I don't want to walk to Mexico. Oh, der East River Kino. Fuck, dear bitch. Douglas Johns. John Johns. Well, there's your phone. Yep. I'll look around. Make sure to get us that plane. Du, 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 du. Hey, ich mache erst mal den Penner hier. Oh, guck mal. Hey, der oben beobachtet uns. Jesus, man. You're a mess. What do you want, man? Just leave me alone. Oh, Kleingeld. Kannst du den Penner Kleingeld klauen? Bestimmt. Ja, ja. Der pendelt ein. Und dann kannst du Kleingeld klauen. Kleingeld klauen. So, what are you waiting for? Get lost. It's a nice night, right? It's a nice night, right? It sure is. It's a nice night, right? This is not what it looks like. Okay. Ein Counter. Ich muss irgendwo über den Counter springen. Thanks, mate. Ähm, I'm searching for the Counter. Oh, you're just, äh, hanging around. Yeah, that's right. Just hanging around. So, äh, have a good night. Da, links, der Haupteingang, im Theater. Kannst du da reinjumpen? Nope. Nope. Oh, okay, I know, I know, okay. I saw this then. No, I'm just, uh, hanging out. Alright then, I'll leave you alone. Good luck with the, uh, ever. Du, 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 da, this one. Ich kann mal hier, was ich gefunden habe. Hey, what do you charge for, if I smoke you? Same as everywhere else. It's 36 cents. 36 cents for allows you back to smoke. Smokes? Are you serious? Yeah. Price has been 36 cents for the past two years. Where have you been? Been around? Just haven't been buying any cigarettes, that's all. Well, are you gonna buy something or what? Okay, Antwort. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ohne Witz, äh. Hat der gerade 32 Cent gesagt? Ja, ja, ja. Für 32 Cent würde ich auch anfangen zu rauchen, ne? Ja. So günstiger als trinken. Ich hab's ja da angetreten. Hab ich noch nie gesehen. Okay. Kleingeld für Anrufe sorgen. Ist auch geil von wegen, ne? Du gehst da hin und sagst, du griechst scheiße aus und ich geh erstmal und frage, hey, geht's dir gut? Ja. Kleingeld. Nein, ich hab's nicht. Kleingeld. Äh, die Stadt von GTA ist LA. Ähm. Also warst du mal New York oder in LA? Das ist ja nice. Also einmal Ost und einmal Westküste. Cool. Danke. Was hat dir besser gefallen? New York, ganz klar. New York ist das beste. Ah. Besser als LA auf jeden Fall. Scarface, where are you from? Faszinierend. Ah, UK. Okay, ist UK. UK? Telefoniere. That's okay. Oh, God. Das macht bitte super witzig, okay? Only quality jokes in here. Hey, lass uns nicht da rein. Hallo, ich will auch telefonieren. Hallo. Gehen Sie bitte, gehen Sie bitte aus dieser Zelle. Ich will auch telefonieren. Hallo. Oh nein, ich erfahre gerade, dass meine Frau tot. Oh, was hat sie? Was hat sie? Okay, 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 danke. Danke. Hey. Hast du uns ein Flugzeug? Ja. Ja, ich habe. Aber ich muss gehen. Was? Was hast du gesagt? Du bist okay? Ich bin okay. Aber ich muss irgendwo anders sein. Hey, du kannst nicht einfach weg. Ich bin nicht weg. Aber etwas passiert und ich muss da sein. Okay? Vincent. Wir kommen zu weit, um zu zurück zu kommen. Du musst mit mir sprechen. Sag mir, was passiert in deinem Kopf. Geh mit mir! Ich kann nicht sprechen. Er lernt Deutsch, aber er informiert sich nicht. Wer ist das? Oh, 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 oh. Baller, 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 baller. Ohne Witz. Ich würde dir mal richtig gerne in real life eine Pistole mit und ohne Schalldämpfer abgeben. Ja, gibt kaum einen Unterschied. Gibt kaum einen Unterschied. Gibt kaum einen Unterschied. Ja, deswegen. Aber ich würde ihn einfach mal gerne selber. Oh, shit! Oh, der ist gleich der Schub so. Pio, 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 Pio! Das war ja richtig cool, wie sie rennen. Ja. Shit! The guns are in the gun! There's no time for that! We have to go! Come on! Yeah! Ohne Witz, diese Kameras sind so geil. Ja. Rennen, 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 rennen! Quick! Come here! Leo! Hold on! I'll help you barricade the door! Schneller! Wie geil der auch da links kommt, ey. Heftig, wie interessant das gemacht ist. Das ist so geil. Du musst rauf, du musst rauf, glaub ich, oder? Oh, was auf! Auf die Treppe, geh auf die Treppe! Achso, ich muss hier hoch, okay. Ja, ja, ich bin schon unterwegs, bin schon unterwegs. Schiep, 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 schiep! Reicht schon. Komm her! Get over here! I'll help you up! Nice! Thanks! Er hat die Axt gefunden! Oh, no! Tippidi, tippidi, tippidi! Nein! Ah! Der hat mir einfach einen Arschloch geschossen. In der Schwarz, hast du dir den Arsch gerettet und was gebrissen wurde? Ja. Alter, wie viele Schuss hat der denn in seinem Magazin? Sneakybeaky-like. Lali! Lalalala! Lalalala! Lalalalala! 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 Er ist hier einfach mal unendlich. Warte, warte, warte! Okay. Aua, aua, aua! Geh doch dahinter! Ja, bin ich doch! Du bist doch ein Arsch, ey! Du bist doch ein Arsch! Statt auch zurückzulaufen, rennst du einfach los. Ja, wieso gehst du wieder zurück? Ist das wieder so unnötig gewesen? Ja! Hier komm! Come on, Vincent! Torch! Was machst du denn? Ich wollte auch mal sterben. Oh! Nein, ich wollte gucken, ob man irgendwie joggen kann, aber es funktioniert halt echt nicht. Man muss halt wirklich den roten Faden des Spiels verfolgen. Ach! Das weißt du jetzt auch nach 6 Stunden Spielzeit. Ich bin vorne! Ich glaube, ich mach erstmal echt chicken rink. Nein, ich hab richtig Bock drauf. Boah, ich muss auch was essen. Ich habe nur Wasser. Ich hab noch gar nichts getrunken. Lass mal hier ein Fläschchen Wasser auf. We can control the next one from here. Get behind it. Du weißt nicht, wie das funktioniert. Also stelle ich nicht zu doof an. Du musst das Ding erstmal geradeaus fahren, bitte. Und nicht wieder zurückfahren. Ich stelle dich auf alles ein. Oh, das geht zurück. Fuck jetzt. Vincent, hurry! Vincent! So, killen wir den jetzt? Nee, oder? Heftig. Heftig, wie wir ihn zusammen umbringen müssen. Die Assi, oder? Ja, krass. Double Penetration! Der Triple Dick Trick. Triple Dick Trick. Finde ich auch. Nice. War geil. War geil. War geil. War geil. War geil. Lassen wir den jetzt da liegen, oder was? Nice. Das ist meine Frau. Sie ist im Krankenhaus. Was ist das Problem? Wir hatten nur ein Baby. Das ist großartig. Congrats, Mann. Das ist so geil. Das ist so geil, wie fröhlich es ist. Vor uns liegt einfach der Leif. Ja, ja. Wir wissen gar nicht, ob der tot ist. Kann auch sein, dass er schläft. Natürlich. Ja, ey, ohne Scheiß. Es kann auch sein, dass er ohnmächtig ist. Wir haben ihm extra eine Schlafkorde rumgelegt. Das ist wirklich kompliziert. Er muss ja nicht tot sein. Es kann ja sein, dass er einfach in Ohnmacht gefallen ist. Ich hab den X-Knopf schon sehr penetriert. Ja, okay, dann ist es vorbei. Ich weiß. Du bist richtig. Natürlich bin ich. Du weißt, dass ich bin. Ja. Schau, du hast uns das Flugzeug, nicht wahr? Ich habe es. Hier ist was wir machen. Wir gehen ins Krankenhaus. Wir sehen uns das Flugzeug. Und dann gehen wir das Flugzeug. Gern, mal hör dran. Du bist mit Boris. Ja. Ich bin mitge sushi. Vincent, ich muss dich an dem vorn. Ich glaub Du. Du bist meine Kapurone. Allright, Boris. Let's go. Beim기도 einen ist. Das heißt nicht, dass du in die Englisch reden kannst. Babali bib Disney Wabe Did bube de babbe. Ach, die See aus dem Flugzeug, natürlich, natürlich, natürlich. Blende Schwarz, da war gar wieder Blende Schwarz. Ja, ich kann es mir vorstellen, wie es ist. Was ist falsch, Mann? Was ist das Problem mit dir und deiner Frau? Schau, Mann. Oh, das ist ein Penis. Ja. Wir wollten immer ein Kind haben. Wir haben seit Jahren versucht. Es ist mega tragisch gerade. Und wenn es endlich passiert, ein Tag, wenn wir herausgefunden haben, wir sind nie so glücklich. Dann ging alles zur Hölle. Und ich war in der Präsenz. Ist mir schon mal aufgefallen, dass der Pilot nichts sieht? Ja. Du kannst echt nichts sehen. Vielleicht sitzt da auch ein Kind drin. Gesundheit. Garten Heal Medical Center. Okay, geht weiter. Den verprügelt jetzt erstmal. Error finden. Ich schnack jetzt mal hier mit der Uhr. Hallo. Geil, was ist das? 4 Gebet! vier gewinnt also ich mach dich so fertig du wirst so sterben jetzt witz das heißt auf englisch connect 4? ah ja das wusste ich nicht oh du hast gewonnen oh wie schön ja 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 machen sie ruhig machen sie ja 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 nein das ist natürlich spektakulär oh 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 ha 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 Weinstein! Du bist so scheiße, ey! Du bist so kacke! Boah, ich hasse dich so, ne? Du bist aber auch ein Schwein, ne? Du weißt das schon! Das ist so kacke, ey! Ah, schrecklich! Ah, schrecklich! Dicke! Fuck! Fuck! Dicke! Mach doch jetzt einfach mal bitte! Okay, aber ich muss gewinnen! Ich muss gewinnen! Ich muss gewinnen! Das wird nur unentschieden! Das wird so unentschieden, ey! Ich bin aufgeregt! Ich weiß nicht, was passiert! Ja, ja, ja! Ich bin aufgeregt! Hm! 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 Scheiße, du hast gewonnen! Du Hurensohn! Fuck! Du, dass du auch aufgibst! Ein Zug und ich hatte gewonnen! Und ein Zug und du hättest gewonnen! Scheiße! Ich hatte nicht alle Eiern! Ja, auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Bei mir hat ein Stein von dir gefehlt leider! Das war das Problem! Aber sehr gut gemacht! Ich verneige mich! Ich verneige mich! Haben sie gut gemacht! Wirklich! Danke, danke! Aber wie assi auch, dass meine Frau gerade das Ding entbunden hat! Weißt du? Oh, du spielst erst mal! Wir sind die größten Huren! Digga, du bist halt der größte Assi hier im Krankenhaus! Das ist heftig! Wie du einfach jeden anpöbelst! So! Wir müssen uns zu den Fahrstuhl! Ja, okay! Fahrstuhl! Ich nehme den rechten! Okay, dann nehme ich den linken! Nein, das ist meiner! Komm, Vincent! Let's go! Ich bin da schon drin! Oh oh! Lass dir nichts anmerken! Oh, er steht ja auch richtig provokant in der Mitte, ey! Was für ein Bastards-Sohn! Oh, okay! Also, wer antwortet auf die Frage mit... Na klar! Wir sind in der Zeitschrift! Oh! Oder wir sind wirklich zu ihm! Na klar! Na klar! Dich sind einfach so lecker. Ich bin sicher, dass ich dich irgendwo gesehen habe! Warte, warte, warte. Komm, wir machen K.O. jetzt. Blende schwarz. Blende schwarz. Ich war einfach noch mega aufgewühlt wegen Viergewind. Du hast gedacht, du warst. Warte, ich schieb dich. Ah, okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. Ah, ich kann auch balancieren. Wie hart kann das sein? Ja, besser als ich dachte. Wie geil. Du holst mich niemals, du holst mich niemals. Du musst dich ja nur abmaulen. Was steht im Chat? Ich gewinne. Ich mach 100. Ah, 40. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Die secrette Tür in der Haus. Da war eine secrette Tür? Ah. 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 You mean the, um, you mean the house of the old people? Ah, yeah, 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 yeah. You know what? Those things will kill you. Yeah. Yeah. They pretty much. Does it really take two guys to change a light bulb? Um. If you're in the union, it does. And, uh. I'm not pretty sure. No. I think we didn't find. Two guys to change a light bulb. What a scam. No wonder you played the guitar and the piano. Don't you have anything better to do. I was just about to ask you the same thing. I'd be amazed how much acceptance relaxes the mind. Carol. 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 Excuse me. This is the maternity ward, right? Yes. It's over here. Are you the father? No, I'm not. But my buddy is. I'll get him. Come here. Come here. I'm on the way. No, no. I've already asked. Let's go. Yeah. I have to. I have to. I have to. I have to. Hello. I have to. My wife has had a baby. What's the name please? We are going to refresh. Okay. I don't know what this means. Right. Just follow me sir. Thank you. Yeah. And if you want. I can. There can everyone come and see a baby. Yeah. Or just take it. Hey Leo. Hey Carol. Are you okay? I'm fine. Vincent. What are you doing here? Yeah. Up 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 up. Up 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 up. She's my daughter too. La 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 la. La 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 la. This is uh... Leo. La 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 la. It's nice to meet you ma'am. echo. Yeah. Uh. Baby girl huh? Um. I'll leave you guys alone. I'll be waiting outside. Thanks. Ja. Und, äh, congratsen, by the way. Ist einfach eine lange Arbeit, um die Tür zuzumachen, Alter. Ist echt so, ne? Hab ich jetzt mal einen Sexmoment? Kann ich sie holen? Perfekt. Okay. Weißt du, direkt die aufgerissene Scheide penetriert. Wah, du bist ja ekelhaft, ey. Geh mal her, den Blach. Mach mal Fenster auf. Ich suche mal eine Knarre. Ich bin ein bisschen emotional. Sie ist so schön. X halten, um zu schütteln. Sie ist. Weißt du, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Und dein Dick. Vincent, bitte nicht. Ich liebe dich. Ich liebe dich so viel. Ich muss nur das Endeffekt. Du musst mir glauben. Carol. Carol. Ich muss nur... Ich muss mich glauben, okay? Die Dinge werden anders sein. Du sagst das, aber du hast dich getötet. Ich kann nicht leben damit. I'm not gonna let that happen. I promise. You, bitch. You have to trust me, Carol. Großes Indianer-Ehrenwort. I'm lovin' it. Oh oh. The cops! The cops! Nach wem die wohl suchen? So zwei. Die Frage ist, hätten wir uns doch gefunden, wenn du ihn nicht auf den Schlag hättest. Nein. Aber welchen Grund wäre denn dann gewesen, dass wir uns gefunden hätten? Nein. Okay. Hier. Ich nehm das mit. Können Sie das kurz halten? Ich muss einen Backflip machen. Wie schlecht, dass sie auch einfach nur mit zwei Polizeiwagen an... Oh, nee. In der Sekunde, wo ich sage. Ist auch so geil. Ich will dich auch lenken. Wo bist du denn? Hey! Ich hab noch Blende Schwarz. Ah, ich renne. Hey! Stop! Hammer Time! Komm! Komm! Gib dir! Oh, nein. Äh, 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 äh! Aua, aua! Nein, bist du assi. Oh nein. Bitte nicht, bitte nicht runterwerfen. Oh, ich will auch drücken. Ich drück auch mit einfach. Schaff ich, schaff ich, schaff ich. Ja, wie ich auch mit schiffe, ist total geil. Er ist ja der beste Polizist der Welt. Echt so, hallo, ist hier jemand? Nein, okay, tschüss. Wie toll, die ich auch einfach da gerade sehe. Das ist echt so. Oh, ist so schlecht, ey. Oh, das ist heiß. Oh, ich tippe einfach alles mit, was da steht. Da-da-as. Guck mal, Sidescroller. Oh, Alter, das sieht ja ultrageil aus. Oh, Superman Punch. Ohh, Alter. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Du, 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 du. Komma! Du, 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 du du... Когда ich mir nicht so langeいhe, du, du, du... D rifles mitohlen ich defic rough close, Aua, Aua! Oh, wie sie mir beide Hüfte rapscht. Oh, geil. Evil Joker, what's up? Viel zu einer Pizza. I need to find a way out of here. Find my way out. Klassiker. So nackte Kanone gerade. Oh. Blende schwarz. Ich hab nicht mal irgendwas gemacht. Ja, Evil Joker. Evil Joker, ha, geiles Game auf jeden Fall. Wir feiern's auch, krass. Warte, warte, warte. Ja, ich hab noch nix gemacht. Jetzt, 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 jetzt. Noch eins. Schlesche, schlesche. Noch eins, komm, komm, komm. Ja, noch eins. Nice. Leiter runter. Get down on it. Oh, get down on it. X, X dir ein. X. X. Das hört man so doll von denen. Okay, ich bin mehr dran. Ich hab gedacht, du bist schon ganz unten. Oh, 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 oh. Soll ich schießen? Schieß ihn in den Kopf. Weiß nicht. Community, soll er schießen oder nicht? Soll er schießen oder nicht? Community. Ihr dürft entscheiden. Schieß auf den Feuerlöscher. So, ich wollte auf den Feuerlöscher. Ne? Passt du ja auch, aber es interessiert sie jetzt nicht. Diesmal geh in die Tür. Oh, ist das spannend. Das ist echt spannend, ne? Ja, ich find's hammergeil. Blende Grau? Ich glaub, völlig easy hier raus. Ich tue so viel nie, was passiert ist. Schön, haben sie hier die Verdächtigen gesehen? Da, setz dich da hin, setz dich da hin. Rechts, 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 rechts. Ja, her. Nimm dir eine Zeitung. Ich war... Die Bunte am besten. Ja, ma'am. Bravo. Oder InTouch. Nimm InTouch. Das ist das Beste von allen. Evil Joker. Ist er noch am Start? Ich glaube, ja. Ich glaube, Evil Joker ist noch am Start. Ja. Sehr geil. Dann bloß nicht vergessen, den Follow-Button zu drücken, mein Kleiner, ne? Für die nächste Season, weil wir werden es heute nicht durchspielen können. Ne. Du willst ja auch wissen, wie es hier weitergeht. Also ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, sehr, sehr schön, vielen Dank dafür. Das ist mega nice. Danke, lieben Gruß aus... ...Gaminghausen. Weißt du, ich denke die ganze Zeit, ich zocke den auch. Weißt du, ich will auch die ganze Zeit steuern. Oh, das ganze drumherum gelödelt für nix. Tod. Wo steigt eigentlich unser Auto? Ich bin drauf gelandet. Ah, geil. Wir sind ins Bein. Oh, ich glaube, ich muss dir helfen, komm. Help meeeeee. Oh, das wird jetzt interessant. Boah, geiler Move. Ein schöner Arschslide. Jetzt geht's los. Mach dich auf was gefasst. Oder fahr die mal alle. Geil. Okay, was passiert jetzt? Ich glaube, ich muss jetzt mega slow-mo mäßig lossprinten, oder? Das könnte jetzt hier auch so ne Max Payne-Action sein. Oh, geil! Jetzt geht der Ritz ab. Driver-Animation. Wow. Das war der unspektakulärste Sprung überhaupt. Blendischwarz. Mit Blendischwarz kommst du überall davon. Ist einfach so. Geil. Ohne will. Blendischwarz ist die Lösung für jedes Problem. Ist so. Blendischwarz löst alles. Sogar schweren, brochialen Husten. Einfach Blendischwarz. Das wäre so nice. Ich verschreibe Ihnen 50 Milligramm Blendischwarz. Bitte nehmen Sie es zweimal täglich nach dem Essen. Blendischwarz. Kann man dann über... Kann man... Das Heft ist so, kannst du ja noch hart an Überdosis Blendischwarz sterben. Ne. Überdosis Blendischwarz abspannen. Stark, Alter. Ohne Witz, wie ihm Splendischwarz wieder geholfen hat. Was schweißt er denn am Reifen? Luft, oder was? Hier muss man Luft hinreifen. Long time move, Stevenson. How are you doing? Good. Hey. Nice to meet you. You too. So? You're a friend, I guess? Yeah. I hear you're a good pilot. Well, I don't know about that, but thanks. Okay. Emily. Does this thing fly? Does it look like a fucking bike? Of course not. Where are we going? Mexico. Mexico? You gotta be kidding me, that's way too far. I'm not flying to Mexico. Emily, you know I always pay you good. If you wanna go to Mexico, you're gonna have to pay me way more than good. We'll pay you double. Just take us there. Double, huh? You good for that, Vince? Yeah, yeah. Where are you going? Where do you think? Mexico. Geil. Wie leicht Frauen zu überzeugen sind, ne? Echt mal, einfach Kohle. Wie? Könnt ihr euch merken? Keine Blende schwarz? Mit Geld könnt ihr alles erreichen, Frau. Come on, Harvey. Come on, you gotta believe me. I'm telling you the truth. I would never say anything. I would never say anything. I would never say anything. I would never do that, you know that. I didn't say anything. They tried anything. Let him go. Pew. Thank you. Thank you. Oh, God. You're doing the right thing, Harvey. You're good, Harvey. You're good, Harvey. You're good, Harvey. What do you think? We need more men. He's coming. Got it? Die haben richtig Angst vor uns. Ja, ist echt so, ne? Der weiß, dass wir einfach richtig krasse Motherfucker sind. Was? Todos. Todes. 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 Ey, hundert Prozent, da entscheide ich mich. Da brauchen wir keine Entscheidung. Falsch hier, hundert Prozent. Das Ding ist, warte mal ganz kurz, also erstmal müssen wir die Community noch mal kurz fragen. Ja, was sagt die Community? Was sollen wir nehmen? Fallschirm oder Flugzeug landen? Ihr habt zehn Sekunden Zeit. Your choice. Noch fünf? Das Ding ist, das Ding ist aber halt einfach nur, Flugzeug landen ist glaube ich viel mehr Story als Fallschirm, oder? Keiner hat was geschrieben. Was ist los? Fallschirm oder Flugzeug? Fallschirm oder Flugzeug? Fallschirm oder Flugzeug? Okay, ich gebe euch nochmal zehn Sekunden, ansonsten nehmen wir Fallschirm. Aber jetzt mal trotzdem, also ich glaube Flugzeug landen ist mehr Story, Fallschirm ist natürlich Spring. Alter, du bist ja richtig strafbehindert heute. Okay, Fallschirm, Fallschirm. Es ist einfach der Fallschirm. Ich würde mir gerne wissen, wie viele Leute an der Stelle landen wir. Wie lange wir schon streamen? Seit kurz nach acht haben wir angefangen. Ich glaube, im nächsten Tag, im nächsten Tag, im nächsten Tag, im nächsten Tag, im nächsten Tag. Aber ich glaube, das war eher darauf, auf deine streamige Vergangenheit. Achso. Äh, seit acht Uhr. Was ist denn da drin? So, die Knacken. Überraschungseier. Hauptsächlich Überraschungseier. Benzin zuvor unterbrechen? Mach ich doch mal. Angertor öffnen. Zapfhahn entfernen. Und ein Arcade Spiel spielen. Komm her, schnell. Ja, aber ich muss raus. Ich bin jetzt schon hierher gelaufen. Guck mal, jetzt in den Helikopter. Oh Mann, der Chopper, Mann. Go to the Chopper. Was machen wir denn jetzt? All right. Let's see. Keine Ahnung, ich habe einfach ein Helikopter angemacht jetzt. Flieg du mal Flugzeug, ich nehme Helikopter. Oh, okay, okay. All right, all right. Hey, Vincent. Oh shit. Oh shit, shit, shit. Fuck, fuck. No, fuck. Ist das der Scheiß ernst? I'm out. I'm out. All right. Here you go. Ja, ich bin gerade ein Helikopter geflogen. Mach ich das auf? Ach, hier ist nochmal eine Dartscheibe. Ne, komm, wir spielen jetzt dieses Arcade-Ding. Wir werden durch. Wir werden durch. Kann man pumpen? Arcade? Wo ist Arcade gewesen? Ein Pumpen. Ja, pumpt ihn mal ein. Hier, rechts. Rechts musst du. Huah! Hier, nimm mal ein Eier. Was haben wir hier für ein Spiel? Ah, ich weiß es auch. Okay, komm. Witzig, dass du doch automatisch rechts stehst. Ich hab mich rechts hingestellt. Was ist das jetzt? Äh... Ah, okay. Volleyball. Ah, okay. Check. Ba-bam! Ta-da! Ha-ha-ha! Did you see that? Oh, oh, oh. Oh, yeah! Sorry! Sorry! Alter! Nice! Okay. Was ist das denn für ein Bug? Ich hab keine Ahnung! Yay! He-he-he! He-he-he-he! Oh, Gott! Oh, oh, oh! Oh, oh! Fuck! Did you see that? Was ist spannend? Spannend. Spannend hier. Pff! Uuh! Wie dumm! Okay, kommt einer noch. Da ist der. Ohohohohohoho. Yeah. Geil. Du, 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 du. Okay. Du musst das Hangertur noch öffnen. Hangertur öffnen. Hangertür. Hangertür. Was sonst hier alles gemacht? Ich muss noch was trinken, bevor wir losfahren. Ja, mach das mal. Geh nochmal aufs Klo vorher. Finde ich lustig. Ja, der harrige Ex den Lümmel, ey. Nachst'n Snacken? Ab ins Flugzeug, Bro. Bei der Kiste hier, die steht voll gefährlich. Wir werden so doll über diese Kiste schäubern. Ja. Ja, sie ist auch weg. Okay. Easy. Blende schwarz. Blende schwarz. Ich muss eigentlich hart pissen, Mann. Ich auch. Sollen wir eben Start machen? Sollen wir eine kurze Pause machen? Nein, ich kann nicht Start drücken. Geht nicht. Scheiße, es geht für immer weiter. Ne, wir müssen jetzt durchspielen. Oh, ich muss so hart onanieren. Egal, wir warten eben noch die Cutscene ab. Nemal eine kurze Pause. Dann können wir alle kurz pullern gehen. Dann spielen wir daran nach weiter. Es ist nur noch, um mich zu fokussieren. Das ist gut. Oh ja. Juckt schon so, dass ich die ganze Zeit anfassen muss. Oh, das ist natürlich geil. Aber jetzt sind wir da. Wo wir angefangen haben, ne? Ich sitze im Flugzeug. Ach, scheiße. Fuck ey. Ja. Meine Kerze ist ein bisschen ausgelaufen. Deine Kerze ist ausgelaufen. Das ist auch geil. Ja, ich schick dir da kurz ein Bild von. Ja, dann weißt du, was ich meine. Ich kann froh sein, dass ich noch lebe. Ach. Ich mag, äh, winzig lieber. Ich mag Leo mehr. Definitiv die coolste Karriere. Ist jetzt Pinkelpause? Warte. Seine schwarze ist noch. Ne, wir müssen erst noch Cutscene gucken. Wir sind auf dem Dopppunkt. Ihr seid bereit zu jumpen? Ja. Okay, das Ding hat lieber gelandet. Geil. Fallschirm. Du bist überrascht. Geil, das sieht gerade ein bisschen aus mit Just Cause. Geil, ich kann das tun. Ich bin okay. Ich bin okay. Komm, wir fliegen nebenan. Wir fliegen nebenan. arte, warte. Warte, warte. Was ist das denn für einer? Er macht einfach den fucking Fallschirm ab. Das ist der größte Held hier. Hä? Habe ich gerade irgendeinen Fail gemacht? Ich habe keine Ahnung. Toll, das ist ja viel zu hoch. Hast du... du bist jetzt gezwungen das zu sehen, was ich sehe? Ja, 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 ich kann nichts anderes machen. Aber siehst du, dass ich die Kamera bewege? Ja, ich sehe alles, was du machst. Also ich gucke gerade, ich sehe gerade nur Wasser, ne? Ja, ja, ich weiß. Digga, wie langsam sie auch fallen. Da oben sind Leute. Ja, du sollst da oben hinfliegen, nicht da an den Strand. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Du bist so unfähig, das ist unglaublich. Den Schwarz hat uns gerettet. Du musst doch nur zu dem gelben Punkt fliegen. Ja, ich hab dich. So, jetzt bitte mach mal richtig. Ja, okay. Witzig, guck mal. Da hätten wir eigentlich hingemusst. Ja, ich weiß, da hat der Fall die ganze Zeit hingezeigt. Nein, nein, ich meine, wir waren eben die ganze Zeit immer im Wasser. Und das Spiel hat uns aber komplett... Also wir sind ja immer im Wasser irgendwie gewesen. Und das wäre eigentlich die eigentliche Droppe gewesen. Nein, nein, wir sind ja... Wir sind ja nur zusammen aufs Wasser geflogen. Wir hätten da ja auch hinfliegen können. Ja, ja. Aber es macht ja keinen Unterschied. Du hättest ja trotzdem landen können. Das ist richtig. Stop asking questions. Hahaha. That's it? You broke your arm? What do you mean, that's it? I was eight years old. Did you cry? Okay, I'm bad enough. I'm letting go if you keep asking those stupid questions. Haha. Be my guest. Just keep in mind that you'll break a lot more than an arm. I hate you, man. No, you don't. Kannst du ein bisschen hochziehen? Ja, ne? Hey. Kannst gar nicht sein. Ja, ich hab dich, Leo. Don't fucking drop me. Okay? Just hold on to me, okay? I'm in it. Don't drop me. I won't. Nice guy. Wow. Wow. Okay, jetzt ist Pinkelpause, oder? Ja, wir machen kurze Pinkelpause. That was the last time I listened to your fucking ideas. Take it easy. You're still alive, aren't you? I'm just kidding. I almost died. No, you didn't. Let's get going. Weiß nicht, also jetzt können wir die Community fragen halt, ne? Ne, komm, das ist doch eigentlich ein guter Cut für den nächsten Stream. Ähm, wo wir auf der Insel sind. Okay. Wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Und, äh, bedanken fürs Zuschauen an alle, die dabei waren, live. Und an alle, die es bei YouTube nachschauen. Äh, vielen Dank dafür. Danke, Daniel. Danke an alle. Bei YouTube, ne? DullyTV. Bei YouTube, DullyTV. Könnt ihr mal reinschauen. Ähm, genau. Danke an alle Zuschauer. Danke, Daniel, fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal, wenn DullyTV wieder Way Out spielt. Sowohl live, als auch bei YouTube. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Ja. Habt einen schönen Abend. Tag. Morgen. Was auch immer. Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall jetzt hier nicht abonnieren. Vergessen, wer es noch nicht gemacht hat, ne? Genau. Schön die Abos und die Likes und die Teilen-Button drücken. Meo, 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 meo. Okay. Danke, dass du bei uns hattest. Also, take care. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye. Oh, oh. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh, mein Liebling. Also, ist das gut. Oh, mein Liebling. Sieht nach einem großen Ende aus. Oh!